Wir sind heute am Nürburgring. Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Von Mal zu Mal fallen denen noch mal neue Ideen ein, wo sie im Detail noch mal ein bisschen optimieren können. Heute geht es zu schauen, ob wir unser Ziel auch erfüllen. Aber wie gesagt, mit dem besten Fahrer an der Seite fühlen wir uns stets hoher. Ich möchte den Jungs den Erfolg einfahren, den sie verdient haben. Die Rundenseite einfahren fürs Team. Ich erkenne den Ring wie kein anderer. Wir sind gut vorbereitet. Die Autos liefern stabil. Ich glaube es ist keine Lust. Die Fahrwerksabteilung hat da einen unfassbaren Job gemacht, wo man sich das vor Augen führt, wie das Auto in schnellen Kurven liegt, wie es in langsamen Kurven Grip aufbaut. Das ist ziemlich unglaublich und eigentlich physikalisch fast nicht möglich. Wir sind vom Nürburgring sicher. Vielen Dank.